Ach du Scheiße, da kann man ja echt durchgucken. Na, dann denkst du, sie macht das aus Spaß. Denkst du, sie macht das aus Spaß? Was geht denn ab, Tina? Nicht dein Ernst. Fühlst du dich beobachtet? Ja, ein bisschen. Du hast ja voll die Ader, weißt du? Du hast voll das V auf deiner Stirn. Nee, das ist so long. Voll wenn, datter. Ja, guck mal, das ist ein Y. Ey, wenn das macht's. Tina, ich zoome grad übelst nah an dein Gesicht dran. Mach jetzt nichts Falsches. Na hier, was ist mit dem Ding? Ey, das ist viel cooler. Ich filme jetzt nur noch so hier. Ja, ist auch viel unauffälliger. Du siehst halt auf der Katzenumgebung an. Guck mal, jetzt gucken die sich alle in einem Haufen Hundescheiße an, oder was geht da? Ja, die treten halt alle gegen die Stange. Du bist richtig hübsch, wenn die Kamera nicht auf dich fokussiert ist und das alles so verschwommen ist. Ja, ja. 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 Vielen Dank.